hallo dieses unscheinbare gerät kann dazu beitragen die menschheit zu retten ist das refraktometer was den zuckergehalt im saft von pflanzen oder früchten misst und wenn man die blätter vergleicht wenn man jetzt mit den blättern guckt wie viel zuckergehalt hat der blatt das blatt dann wird man sehen hier ist ein guter boden der die pflanze gut ernährt diese pflanze ernährt die menschen gut weil hoher zuckergehalt auch eine hohe nährstoffdichte anzeigt ich bin gerade durch südfrankreich gefahren und dieses land ist wunderbar früher habe ich das nur so touristisch gesehen heute sehe ich aber auch dass das ein land ist was halt ja im grunde eine unglaubliche erosion erlebt hat und auch eher weiter auf dem weg der zerstörung ist und wenn man jetzt halt die blätter misst in den verschiedenen regionen dort und die trickswerte messen würde dann könnte man sehen wo sind die böden besser wie verbessert man sie und wenn die böden sich verbessern wir bringen das ja bei in der regenerativen landwirtschaft ist absolut machbar dann wird auch die absorption des wassers besser das regenwasser sickert ein das grundwasser steigt es ist auch wasser noch in der trockenen zeit da es gibt verdunstung wolken und damit auch ein wetterausgleich verdunstung kondensation die wolken selber aber auch der wasserdampf sind die entscheidenden faktoren ein ausgeglichenes wetter zu haben und das ist etwas wo man hier mit diesem gerät halt sehen kann wer macht es gut und wer macht es nicht gut und das schöne ist man kann das sogar im laden machen ich kann in meinen lieblings bioladen gehen und schauen wie gut ist diese frucht die blätter kann man halt alle unter sich vergleichen bei früchten kann man nur innerhalb der früchte also wenn ich möhre messe dann kann ich halt viele möhren messen und weiß dann was ist eine gute möhre und was eine schlechte möhre wenn man es dann ganz gut machen will kann man dazu noch vitamin c analysieren und nitrat und brix also der zuckergehalt oder die nährstoffdichte hat auch üblicherweise hohen vitamin c und nitrat sollte möglichst niedrig sein also da wo die bohden mit mal trittiert werden die pflanzen zwangs ernährt werden kommt halt nichts gutes raus die böden zerstören und das sieht man dann an einem hohen nitratgehalt also nitrat möglichst niedrig dieses brix gerät ist etwas wo man pflanzensaft drauf macht also ich würde jetzt ein blatt nehmen könnte man zum beispiel einer knoback peste zerkleinern man tropft da plattsaft drauf und das wird dann geschlossen und dann hält man es in die sonne und kann dann halt ablesen wie gut ist dieser ja die zuckerdichte in diesem blatt und blätter unter sich vergleichen ist halt ein goldener weg um zu sehen wie sich die böden verbessern in usa gibt es etwas wie brix farming wo man halt schaut dass man die blätter die plattsaft brix werte auf über zwölf bekommen fast schon sehr schwierig ist und wo man sieht okay da werden die böden besser die nahrung ist gesünder die menschen werden nicht mehr so viel krank und das ist natürlich etwas was den problem profiteuren nicht passt also mit den problemen wird viel mehr geld verdient während mit der lösung der probleme die es den menschen gut geht und hier in südfrankreich kann man sehen es ist sehr viel armut und die verdienste hier auf den flächen sind relativ miserabel und es ist absehbar dass es hier wirklich noch mehr zur steppe wird und irgendwann auch nicht mehr reicht um hier landwirtschaft zu machen also der königsweg böden verbessern ordentlichen anbau hohe diversität und dann kann man auch eine situation umkehren wie man es hier so hinter mir sieht dass auf diesen hügeln hier in den unteren pyrenäen das ist nur noch gestrüpp und da könnte wunderbarer wald sehen dagegen stehen da könnten waldgärten sein und viele menschen könnten da gut leben danke